Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren in das Spiel Vorgang Tutorial. Heute dreht sich alles um das Äthergas und das Äthergas wird entsprechend hergestellt, indem ihr eine Stasis Chamber habt und darüber einen gespawnten River. Dieser River wird für der Stasis Chamber gehalten, geheilt, festgefroren und so weiter und ihr darüber direkt eine Fluid Laser Base entsprechend platziert und die Fluid Laser Base braucht auf jeden Fall eine Purple Laser Lens und damit produziert ihr entsprechend Äthergas. Das heißt, das werdet ihr wahrscheinlich in der Regel an irgendeinem Spot entsprechend bauen und das ganze könnt ihr dann halt relativ easy dann halt entsprechend halt irgendwie abtransportieren. Also das heißt, ihr nehmt jetzt hier zum Beispiel eine Mechanical Pipe, nehmt jetzt hier meinetwegen irgendwie einen Quantum Entangloporder, dann kann man jetzt hier sagen meinetwegen, okay, I forgets, I forgets, zack, als Frequenz zum Beispiel und dann können wir jetzt hier sagen Fluids einmal hier pushen und einmal hier rein und der Input ist auch entsprechend hier schon gesetzt von dem Quantum Entangloporder, sehr schön. Okay, so und dann können wir das Ganze hier runter leiten und sagen, okay, wir haben jetzt hier unseren Quantum Entangloporder, wir haben jetzt hier einen Basic Fluid Tank, also eure Weideverarbeitung sozusagen und können dann sozusagen damit entsprechend arbeiten, I forgets einmal absetzen, einmal Fluids so entsprechend konfigurieren und das hier noch als Output setzen und wir sehen, hier ist jetzt auf jeden Fall ein I forgets auf jeden Fall drin. So und jetzt natürlich die große Frage, wofür brauchen wir I forgets? I forgets ist erstmal notwendig, um, jetzt machen wir hier nochmal einen Rechtsklick, in der Dissolution Chamber, um bestimmte Items herzustellen, zum Beispiel die Infinity Nuke, Supreme, Mesh and Fray oder auch zum Beispiel der Mycelialgen Reaktor. Das ist eine Sache. Ein weiteres Konzept ist, das habe ich bereits auch schon mal vorgestellt, nämlich die Erzverfünffachung. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Erzverfünffachung hier einmal mit der Washing Factory. Könnt ihr euch gerne auch nochmal entsprechend angucken, da habe ich auch schon entsprechende Videos dazu erstellt. Und in der Fermentation Station, also sagen wir es mal so, wir geben hier Erze rein, die werden sozusagen erstmal zu, mit Liquid Meat werden die weiterverarbeitet in der Washing Factory und dann können wir sozusagen hier entsprechend sagen, welche Produktion wir ganz einfach haben wollen. Und für den Produktionstyp, für die Erzverfünffachung ganz einfach, brauchen wir Ivergas, um sozusagen eine entsprechende Verfünffachung hinzubekommen. Und so dass wir aus einem Eisenerz zum Beispiel fünf Eisenerz ganz einfach rausbekommen. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und was wir auch, wo wir es auch noch benötigen, ist in der Maschine Hydroponic Bed. Und da brauchen wir es, damit wir, ja ich mag es gar nicht, wenn hier Mops gespawnt sind, okay. Und in der Maschine Hydroponic Bed brauchen wir das Ivergas, damit die Pflanzen automatisch wieder bepflanzt werden und wir da halt eine entsprechende Automatisierung hinbekommen. So viel auf jeden Fall zum Ivergas. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss! Tschüss!